Outcasts waren auf der Suche nach überlebensnotwendigen Ressourcen. Jemand griff sie plötzlich an und Leute wurden verletzt. Wenn sich niemand dieses Problems annimmt, könnte es noch mehr Opfer geben. Eindeutig ein Fall für unsere Spezialeinheit. Ghosts bei mir sammeln. Kontakt! Wolfpatrouille mit Flugdrohne. Nehmt ihr die Flugdrohne. Sichtkontakt hergestellt. Feuer auf mein Kommando. Feuer! Sauber. Jetzt habe ich meinen auch. Drohne in Hörreichweite. Und Feuer! Verstanden. Sichtkontakt zur Drohnenstation bei der die Outcasts angegriffen wurden. Ich kann keine Feinde entdecken. Mehrere Geschütztürme, aber keine Feinde. Zwei Geschütztürme neben dem Hedipad. Eine Überwachungsdrohne. Aber keine Sentinelle und keine Wolves. Ein weiterer Geschützturm rechts neben dem Hauptgebäude. Schöne. Ganz vorsichtig jetzt. Mehrere Drohnenkontakte. Unbewaffnete Überwachungsdrohnen patrouillieren das Gebiet. Drei, zwei, eins, Feuer! Drei, zwei, eins, Feuer! Drei, zwei, eins, Feuer! Dann lasst uns mal einmarschieren. Achtung, Leichen! Outcasts. Das hier ist kein Outcast. Das hier ist ein Sentinelsoldat. Hier gab es wohl einen Kampf. Noch mehr Sentinelsoldaten. Drohne ausgeschaltet. Noch mehr Sentinelsoldaten. Noch mehr Sentinelsoldaten. Was ist hier geschehen? Das waren unmöglich die Outcasts. Seid auf der Hut. Passt auf, wo ihr hintretet. Das gefällt mir nicht. Noch mehr Outcast-Leichen. Und noch mehr Sentinelsleichen. Wissenschafter. Wissenschafter. Warum sollte jemand die Wissenschafter erschießen? Hier ist irgendwas faul. Definitiv. Was haben wir denn hier? Jemand muss mir helfen. Ich bin hier drin gefangen. Ich werde mich nie helfen. Ich werde mich sofort getötet. Wie kann ich helfen? Das Verteidigungssystem drast mich an, sobald ich die Türen öffne. Mal sehen, ob ich jetzt ausschalten kann. Seien Sie vorsichtig. Das System ist extrem gefährlich. Alles klar, ihr habt ihn gehört. Wir müssen alle Geschütztürme deaktivieren. Ich habe ja so eine Vermutung, dass genau das hier passiert ist. Wir müssen aber auch ein Thema sein. Ich habe nix fließend, dass wir aus dem Weg finden. Das ist unser Arm. Geiztürme, der auf die Hände öffnest, ist unser Arm. Wir müssen also ein Fremds-Anhalt aufreisen. Ich bin da oben gegen die Hände öffnest. Und jetzt ist das eine Ihre Geschichte hier? Die Hände öffnen die Hände. Wir müssen nicht wirklich sein. Die Hände und die Hände sehen. Wir müssen nicht ein paar Hände entdecken. Einfach deaktivieren reicht wohl nicht. So, das war der letzte. Alle Geschütztürme mit C4 präpariert. Bereiche um die Geschütztürme räumen. Sprengung in 3, 2, 1, 0. Alle Geschütztürme erfolgreich gesprengt. Sie haben Sicherheitsbereich eingerichtet. Dachte, damit kämen keine Bedrohungen rein. Aber dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Vielleicht denken Sie nächstes Mal vorher nach. Ihr Fehler hat Leute verletzt und hätte Leben kosten können. Es tut mir leid, ehrlich. Die Programmierung geriet etwas außer Kontrolle. Ernsthaft, ich wäre da drin verhungert, wären Sie nicht gewesen. Sind Sie aber nicht. Es geht Ihnen gut. Was ist eigentlich noch so in Ihrem Bunker? Nicht viel. Aber wissen Sie was? Wenn Sie etwas haben wollen, nehmen Sie es sich einfach. Ich werde hier definitiv keinen Fuß mehr reinsetzen. Es wurden nicht nur ein paar Leute verletzt, es wurden sehr viele Leute getötet. Nun, vielleicht ist es besser so, wenn er das nicht weiß. Einsatz erfolgreich. Gut gemacht. Nehmt euch den Rest des Tages frei. Nehmt euch den Rest.